Servus Kumpel, Servus Kumpelinen! Heute lese ich euch mal was vor, ein Gedicht, was ich an einem Baum entdeckt habe. Passt mal auf, da oben ist der Baum und das lese ich euch mal vor. Nie erschöpft ich diese Wege, also das war falsch, das T war falsch, nur mal von vorne. Das heißt, nie erschöpft ich diese Wege, nie ergründet ich dieses Tal und die altbetretenen Wege rühren mich jedes Mal. Und das, das hat ein Herr Ulland gedichtet. Ich finde das wunderschön. Und jetzt lasse ich euch mal anlenzen mit einem schönen Spruch. Da oben ist es nochmal, dann können wir ja mal ranzoomen, ranzoomen, zoomen wir ran. Also da steht es. So, vielen Dank Kameramann und jetzt sage ich mal Tschüss, schönen Grüß aus Schweinfurt. An alle Leute, die nicht wissen, wo Schweinfurt ist, schaut ihr mal nach im Atlas oder googelt ihr mal nach. Bis dann und Tschüss. 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 Tschüss.